Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde der Binding of Isaac Wrath of the Lamp Das sollte eigentlich eine sehr schnelle Runde werden, denn ich werde mit Isaac einfach nur durchrushen Und ich habe eh nicht so viel Zeit und ich kann die Aufnahme auch nicht so schnell anhalten Und bestes Item überhaupt, Cancer, es verdoppelt meine Schuldstärke Und besseres Item überhaupt, Mutant Spider Quadshot Wenn ich jetzt verliere, aber das war schon mal Fail Und ich habe nicht so viel unendlich Zeit Ich habe gerade eben erst angefangen aufzunehmen und ich nehme jetzt mit Camtage auf Sagen wir mal, ich habe 20 aufgenommen, dann höre ich 30 auf Also wenn ich 16.20 aufgenommen habe, dann höre ich 16.30 auf Dann nehme ich halt eben um 35 auf Und ich möchte diesen Dime haben Denn weiße Münzen sind Dimes Oh mein Gott, ich bin so dumm Jetzt darf nicht mehr gehittet werden und ich Ich rede sehr viel und auch sehr schnell Denn das muss eine schnelle Runde werden, denn ich habe nicht so viel Zeit Wach, 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 ich werde wieder angeschrieben Kai, hör auf mich anzuschreiben Der eine meinte ja auch, ich sollte meinen richtigen Namen sagen Und so weiter und so fort Aber nein Ach, kacke Ja, ich habe wieder übersteuert Es geht Jetzt mal gegen Widow Widow ist ein No, es geht Und ich war kurz langsam Widow, Widow, Widow Widow kann diese Pinnöbel auch ausmachen Äh, was heißt ausmachen? Zerstören Und man sollte sich eigentlich auch ein bisschen mehr auf Widow konzentrieren Und halt eben in die Nähe von diesen Dingen angehen Moms Lipstick Range up Also ich schieße ein bisschen weiter Und Cancer verstoppelt unsere Sturzschnelligkeit Was heißt Schnelligkeit? Geschwindigkeit Im blauen Stein, wie ihr da links sehen könnt Befinden sich auch oft Items Die man verwenden kann Nice, voll sozial, blaues Herz Und ich werde gleich nachgucken Was Kai mir geschrieben hat Also Kai von MTG Kein anderer Kai Da unten eine Karton Da werde ich erst reingehen Wenn ich eine Bombe bekommen habe Denn dann werde ich mir eine Münze holen Und in den Karton kommt man Wenn man eine Münze zahlt Einfach dagegen laufen Dann zahlt man schon automatisch eine Münze Und ich hätte gerne die Karte Und falls das für manche zu schnell geht Ähm Sollte man es sich in Slowmotion ansehen Aber Irgendwie habe ich volles Gelegge Beim Aufnehmen Habe ich mit O OBS nicht Odd Mushroom Was macht der? Der macht Damage ab Ich bin größer Und habe auch ein Herz mehr Und ja Let's get To the Mon Äh To the Duke of Flies Der spawnt fliegen Und Ja Macht sonst nicht viel Und der ist auch schon tot Nicht unbedingt ein sehr schwerer Boss Den kriegt man Sehr schnell da The Box Was bekomme ich? Ein Schlüssel Eine Pille Bombsacki Ich hasse dich Spiel Eine Magician Und da unten ist noch eine Münze Und hier oben kann man zwischen eins der zwei Items entscheiden Dann ist hier oben eins dieser Herzen weg Also zwei dieser Herzen weg Also die Anzahl die da ist Ist die Anzahl die darunter steht Und ich hätte gern das rechte Item Welches ich auch nehme Scary steht jetzt unten rechts Und ich hab Ein Quading Ghost Shot Und ich kann fliegen Sehr nice Sehr nice Aber ich bin langsam Und nice What a horrible night It's just to have a curse Da wurden wir gerade die War of War of Babylon Da liegen wir einfach mal Was ist denn? Eine Treubombe Die sind auch cool Und jetzt geht das Russian Russian Klein wenig zu Ende Und Ja ich mach einfach hier weiter Und ich hab ne pretty fly bekommen Eine Fliege fliegt jetzt um mich rum Und hält eventuell Schüsse ab Nice Und ja Diese Automaten Sind Glücksspielautomaten Und ja An denen braucht man Glück Wie ihr seht Hab ich kein Glück Aber ich hab Cancer Im ersten Raum bekommen Das reicht vollkommen Und noch ne pretty fly Jetzt haben wir zwei Fliegen Die um mich rumfliegen Und ja Ich spring gleich ein paar Automaten In die Luft Und ja Hier kann man Verschiedene Items Gewinnen Junge Junge Was ist los? Ich brauch einen Schlüssel Oder gib mir die Herzen Gib mir die Herzen Äh Ah Ich suche jetzt mal noch den Geheimraum Und ich seh gerade Dass ihr unten Ganz unten Einen Rand habt Ups Ups Ganz unten habt ihr einen Rand Da unten Sollte eigentlich ein Rand sein Aber Ansonst Wenn nicht Dann gut Aber da ist ein Rand Den seh ich doch Da muss ich ein bisschen was An Kennen Kennen Chemtasia ändern Blablabla Da kommt eigentlich immer eine Sequenz Sequenz Und Sprack Und diese Drehen die ich momentan habe Die gehen auch durch Steine durch Die anderen nicht Und ja Das sind Gegner die Klauen euch Geld Wenn die euch treffen Und ne Bombe Goldener Schlüssel Direkt am Anfang Kamikans Mit eines der schlimmsten Items Überhaupt Aber naja Damit muss man leben Das ist halt Ich kriege hier noch Ein anderes Item Aber naja Und das sieht nach einem Sehr guten Run aus Und da unten ist auch schon So eins Und ich kriege einen normalen Schlüssel Und hier ist ein Raum In dem normalerweise Items Kisten Und so weiter Und so fort drin sein können Blablabla Und da wurde ich getroffen Blablabla Und die Gegner mag ich gar nicht Weil die immer so lange brauchen Bis sie endlich mal aktiviert werden Und ich rushe hier ein bisschen durch Bin aber sehr langsam Deshalb rushe ich langsam Hier durch Und ich hab schon wieder Laggy Laggy Tönebooten Baby Ähm Bei mir lagts Schon wieder Nice Wieso Why Why you lag Bestimmt war ich mit Camtage Wow Schon wieder so ein weißes Herz Niemals You are never gonna take me alive Ich wär da fast reingegangen Hm Kompass Will ich den Kompass haben? Will ich den Kompass haben? Ich werd den Kompass haben Und ja Jetzt hoffe ich eigentlich Dass ich noch eine Münze bekomme Aber das ist sehr wahrscheinlich Dass ich noch eine Münze bekomme Und mich lächelt Skypt gerade an Dass ich da draufklicken Oh Soll Ähm Kapitate Hab ich bis jetzt noch nie verwendet Aber alle sagen Das ist ein schlechtes Item Aua Und deshalb werde ich mir das Anarchisten Kochbuch nehmen Das macht Genau Dasselbe Wie der Typ Gerade eben Nämlich So ein Bomnding Und der Kompass Der zeigt uns immer an Welcher Raum Wo ist Äh Was für ein Raum Wo ist Aber er zeigt uns Nicht den Weg Den Weg Zeigt uns eine Karte Und dieses Spiel Ist eigentlich Auf The Legend of Zelda Basiert Denn wer The Legend of Zelda Kennt Weiß dass es auch In The Legend of Zelda Eine Karte gibt Und so weiter und so fort Und das goldene Kacke Aus goldener Kacke Kommt auf Sehr viel Geld Oh Das war jetzt Nicht allzu viel Aber trotzdem Ich werde mir noch Das Nein Ich werde zuerst hier hingehen Die Gurdie Und Das Anarchisten Kochbuch einsetzen Trollbomb Trollbomb Kommt das Und Kordi Aua Aua Kordi Nein Turbini Oh Pentagramm Damage up Nice Meh Wir sehen Pretty Badass Aus Ich schaue Ob hier der Geheimraum ist Der ist auch Und da ist ein Spielautomat Den ich Nicht verwenden werde Ich Lazy Ass So Jetzt habe ich Einen roten Herzcontainer Einen leeren Herzcontainer Einen Silberherz Und drei Seelenherzen Seelenherzen kann man nicht wieder auffüllen Aber die roten Herzen kann man Und das ist Sehr nice Damit Dass wir Damage Abbekommen haben Und Der goldene Schlüssel Den wir Letzte Ebene Aufgehoben haben Der macht Dass wir Nur Ein Schlüssel Äh Dass wir Keine Schlüssel Mehr Brauchen Der öffnet Dann Alles Aber Der ist Nur Für Eine Ebene Da Und Mit Spektral Tränen 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 die da durchgehen Ähm Schießt man Feier Oder Kaki auch ein bisschen Langsam Aus Mann Ich muss immer meine Wörter suchen Und das ist Nicht unbedingt cool Gratisbomben Wui Oh mein Gott Daaaai Du holst Du holst Eine Pille die ich nicht kenne Pretty Ja das gibt's auch More Trinket room Ich will dieses Item haben Und nur noch Eine Müsse Ich will dieses Item haben Das Item ist geil Da kann man mehr Von Da kann man zweimal Von diesem Da oben haben Ein passives Item Cancer Da wo momentan Cancer ist Kann ich da noch Eins haben Anstatt nur eins Und ja das ist manchmal schon Sehr Praktisch wenn man Zwei gute Items hat Und ja Zwei gute passiv Weitens Denn die sind nur passiv Wer hätte es gedacht Und ich werde jetzt einfach zum Boss gehen Bots Zum Bots gehen Denn der Rest der Ebene ist mir ziemlich schnuppt Hmm Dang you Ich brauche unbedingt noch ein paar Münzen Denn an diesem Automat Einem Wasager Automat Kriegt man sehr oft diese Trinkets Also die passiven Items Und ja Ich hoffe dass ich noch Ein paar Schlutzen Nein Nicht Schlutzen Munzen Noch ein paar Munzen kriege Und Pilz hier Bad Trip Macht mir Ein Herz Schaden Ach danke Aber ich will trotzdem noch Geld Money 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 Aua Ich gehe den Boss machen Lill Chubby Äh Chubby Chub Chub Chubbing Chub Chub Chubbing Und das hat Ihm genau Null Schaden gemacht Man kann hier Bomben hinlegen Der ist die Bomben auf Und kriegt dann dadurch Start Spelanka has appeared in the basement Und ja Wirecoat Hanger Tears up Wir schießen noch mal schneller Und was gibt's hier The Mark Oder The Pact Hätte ich 5 Färzen Ich würde beide Items nehmen Aber ich hab nur eins Deshalb werde ich kein Item nehmen Doch das ist doch You are unlocked I Ich hab jetzt Tears up A dead bird has appeared in the basement Ich hab A curse has appeared in the basement Ich hab jetzt Plus ein Damage Und Plus Noch was Und dann noch Shot Speed up Und ja Das ist Ziemlich awesome Das mach ich einfach Schrei Ashes Schlaf und Suchmänner Naja Umhelfende Körper Ohne Kopf Und die Meine Hassgegner Oh mein Gott Sie bedrängen mich Ich muss heulen Oh nein Mama Mama Oh Nice Einfach nur nice Einfach nur nice Einfach nur nice Die sind unnice Die sind unnice Denn das sind übelst die Cheater Gegner Gratis Bomben Bitte lass hier ein gutes Oh Gott Und so kann man sich Einen guten Run Zerstören Indem man das macht Was ich mache Aber momentan Sieht es noch nicht So Oh Schlimm aus Oh Gott Oh Gott Wie hier ist was Schlechtes Na Ja okay Das Ich bin sowas von tot Er bringt mir auch nichts Oh Bombe Bombe Okay Lasset uns Den Boss machen Monstro 2 Das hat es jetzt übel gebracht Naja Wenigstens habt ihr mich Wie ich feile Huch Ich nehme auch schon wieder zu lange auf Aua Mama Töte den Töte den Töte den Töte den Naja Na ja Wenigstens haben wir Einen neuen Charakter freigeschaltet Ich bin ein bisschen durchgerusht Und ja Ihr habt ein bisschen mehr von dem Spiel gesehen Dann würde ich sagen Tschüss Bis zum nächsten Mal Euer Sonic 2000 X-Ray Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020